Das war eine sehr, sehr gute Idee. Das war eine sehr gute Idee von euch. Weitere Ideen folgen gleich zunächst einmal. Natürlich der Hinweis, wenn ihr Coinsbruch bei Render vorbei linkt, ist in der Videobeschreibung sehr günstige Coins. Könnt ihr mich unterstützen, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und naja, was soll ich sagen? Es gab noch andere Hinweise, beispielsweise bring einen Tor-Counter rein. Habe ich natürlich gemacht. Würde aber jetzt immer in den Spielen auftauchen, wollte ich letztes Mal auch schon machen. Habe es da aber einfach zeitlich nicht geschafft. Und eine weitere Sache war, ihr wolltet einen Torsound haben. Das ist allerdings eine Sache, die ich nicht so wirklich mag, beziehungsweise nicht so wirklich weiß, was für den Sound ich nehmen soll. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich dachte, vielleicht dann was Hüuum von Ronaldo. Aber das ist eure Entscheidung. Also wenn ihr so mit dem haben wollt, schreibt mal Vorschläge in die Kommentare. Gut, ja, wir haben wie gesagt vier Upgrades. Wir fangen an im Tor. Und wir haben natürlich jetzt den Weg zu Lissabon. Wir bleiben allerdings bis wir Lissabon komplett haben mit den normalen Trikots von Dänemark, beziehungsweise den von Hannover 96. Das heißt, mit irgendwelchen Trikots, die halt einfach zu dieser Abateurmannschaft quasi passen. Im Tor Marcelo Boic ist der neue Mann, ein Brasilianer von Sporting Lissabon, der eigentlich relativ nice aussieht. Innenverteidiger als Nummer 1 ist dann Sar, mit vorne weiß er glaube ich Mustafa, irgendwas auf jeden Fall. Gute Werte an sich, leider ein bisschen langsam, aber wird auf jeden Fall schon einigermaßen klappen deiner Verteidigung neben Josué. Dann haben wir im Mittelfeld einen sehr, sehr starken, talentierten Sechser und zwar ist es natürlich William Cavallo, der eventuell bekannteste Spieler neben Nani bei Sporting Lissabon. Sehr, sehr gute Werte, nur defensiv, aber immerhin, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und auf der offensiven rechten Flügelseite haben wir natürlich dann die Auswahl gab zwischen Carillo, Heldon und, wer war es noch? Auch, ich habe den Namen vergessen. Man, eh war es, genau, aber wir haben uns für Carillo entschieden, beziehungsweise ihr habt euch für Carillo entschieden, Forza Skills, 88 Tempo, kann man auf jeden Fall so machen. Das Team steht also, sieht relativ nice aus, zumindest schon mal. Wir haben die ersten drei Sporting-Spieler, es sollen natürlich jetzt mehr werden, vier Sporting-Spieler sind es sogar schon. Es sollen, wie gesagt, jetzt natürlich mehr werden und es ist eure Möglichkeit in der Episode jetzt hier abzustimmen. Des Weiteren habt ihr gefordert, wenn es einen Rage-Crit gibt, dann solltest du doch bitte ein Tor von Rodale dazugeben, das heißt ein weiteres Upgrade, das mache ich aber nicht, weil die Serie ja so lange wie möglich gehen soll, beziehungsweise nicht lange wie möglich, sondern einfach ein bisschen länger gehen soll. Und wenn es jetzt jedes Mal ein Rage-Crit geben sollte, wäre das blöd. Deswegen gibt es pro Rage-Crit eine andere Geschichte und zwar, naja, ein Bonus-Set am Ende der Episode. Wir kommen gegen den ersten Gegner, so sieht das Team aus, ein bisschen skill-team mit Jermiti, mit Depay, mit Chigawi, mit Fernandes und mit Quadrado. Allerdings nicht mit Koscellny, auch voller Chemie. Mal sehen, wie er sich schlagen konnte gegen mich. Der Tor-Counter ist jetzt übrigens unten links, schreibt mir in die Kommentare, ob der euch gefällt oder ob der irgendwo anders positioniert sein soll oder ob der irgendwie anders noch aussehen soll. Erste Szene direkt mal von Ronaldo, setzt sich hier schön durch mit dem Roulette, macht das gut. Und wir wissen alle, er hat einen guten Longshot, er haut ihn gleich mal raus, der senkt sich richtig gefährlich, geht aber leider übers Tor hinweg, deswegen bleibt es hier beim 0-0. Weiter mit Ronaldo, schöner Werberspin, der Fines-Schuss und Chesney ist da, es bleibt beim 0-0. Sehr viele Chancen sind anfangs, was vor allem von Ronaldo, allerdings wollte keine so wirklich rein, auch in diese Situation hier wieder wunderbarer Schuss und wieder ist Chesney da und hält diesen Ball nochmal, der Versuch von Carillo Ronaldo einzusetzen, aber das Ganze wird nichts. Allerdings macht unser Dinkerflügelstar immer weiter, jetzt mit dem Lupfer hier aus knapp 20 Metern der Pfosten. Das war irgendwie klar, leider Gottes nicht das 1-0, aber wir sind aufmüpfig und versuchen es weiter. Auf der anderen Seite mal die Chance und zwar für, ja, Quadrado scheitert er aber zum Glück hier an Marcelo Boeck und dann endlich Ronaldo mit Überhausen, macht das gut, wunderbar mit dem Ballrollstopp in die Mitte, er verliert den Ball fast, eraubert sich aber wieder mit seiner Körperstärke, der Felgen schon wunderbar, das Roulette ist perfekt, der scoopt dann die Grätsche und das 1-0, 34. Minute, das fünfte Tor von Cristiano Ronaldo, das nächste Upgrade und da könnte man jetzt natürlich ein wunderbares Zoom einfügen, dass er hier mit seinem Torjubel zelebriert, allerdings ist es auch so ganz schön, denn es steht jetzt 1-0, Ronaldo machte direkt weiter und zwar richtig, richtig gut, will jetzt hier vorlegen mit der Rabona-Flanke abgewehrt und da ist dann Tayra, der mal wieder mit dem Ball auf Ronaldo, wieder direkt eine Flanke, Cario mit dem Kopfball, leider Gottes nicht drin, aber schöne Flanke von Ronaldo und dann ging es mal über die rechte Seite zum ersten Mal, wieder über Cario, der gerade den Kopfball gemacht hat und er versucht es einfach mal mit einem, ja, Pass in die Mitte jetzt gleich, hier, wunderbar, Rabona-Flanke, Sturgion ist da, 2-0, 45. Minute, die, ja, ausgebaute Führung, quasi die zwei Tore Führung, Cario mit dem schönen Solo und im Endeffekt ist es Sturgion, der das 2-0 hier erzielt. Das war dann zu viel für meinen Gegner, hätte ich gedacht, okay, 45. Minute ist ein guter Zeitpunkt zum Quitten, deswegen ist Ronaldo nicht mehr in auf dem Match geworden, wäre aber wahrscheinlich, er hat die höchste Bewertung, deswegen habe ich nicht mehr in auf dem Match gemacht und es gibt das erste Bonus-Pack und damit gehen wir direkt rein in die zweite Episode, ein Tor haben wir ihn gemacht in diesem Spiel, das heißt, ein Upgrade gibt es schon mal und mal sehen, ob es im zweiten Spiel dann noch ein paar dazu gibt. Wir gehen rein und wir sehen das gegnerische Team jetzt und es ist relativ stark, kann ich schon mal sagen, es ist Silber und es ist Serie A und diese Teams sind dieses Jahr richtig, richtig gut. Tata Surano im Tor, davor dann Bamba und Koulibaly, Abate, Ektal, Amero, Ninho, ne Lopez heißt dann, Yang, Dybala und Muriel, also richtig starke Partie, beziehungsweise richtig starkes Team, das eine starke Partie liefern sollte und es ging gut los für uns und zwar mit der Hacke von Sturgion auf Cristiano Ronaldo und der mit dem Schuss trocken diesmal rein, zum 1-0 nach drei Minuten, sehr, sehr schön, diesmal nicht unbedingt noch gezögert, beziehungsweise nicht die Chance vergeben, sondern direkt reingemacht, das nächste Upgrade, das zweite für diese Episode, aber dann kam leider Gottes mal ein Gegner und er wurde immer besser, allerdings konnte ich kontern und zwar nach 17 Minuten, wieder über Ronaldo, kriegt den Ball hier, hat einen guten Linken und leider Gottes ist der Keeper da, es bleibt hier beim 1-0 und dann, wie gesagt, kam ja unser Gegner das erste Mal richtig nach vorne und zwar über Luis Muriel, sehr, sehr starker Spieler wieder dieses Jahr, Lopez mit dem Ball auf Sanchez, Minho und der scheitert zweimal am Marcelo Boeck, es gibt den Eckball und naja, nach Ecken haben wir so ein bisschen das Problem, dass unsere Verteidigung nicht so Kopfballstark ist, beziehungsweise halt einfach Bronze, Lopez mit der Flanke in die Mitte und er wird dann noch rausgeköpft, aber Albin Ektar ist da, kann einfach durchgehen, macht das gut und wieder Marcelo Boeck mit einer sehr schönen Parade, er war an sich ein guter Keeper, allerdings gibt es ein Problem und das werden wir später noch sehen. Erstmal die Ecke, ja, kurz ausgeführt, Lopez mit der Flanke in die Mitte, wie gesagt, die Kopfballstark, Dübala ist da und das macht Boeck alles andere als gut, es steht 1-1 nach 35 Minuten, schade, 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 das hätte 1-0 bleiben sollen, allerdings Boeck hier, ja, was stellt sich nicht besonders gut an, was soll's, er steht 1-1 und dementsprechend unentschieden, zweite Halbzeit, ja, der Ball nach außen, die Flanke in die Mitte kommt jetzt gleich und im Endeffekt ist es dann der Schuss und wunderbare Parade von Boeck, das hätte ich nie erwartet, aber er hat ihn halt nochmal gehalten in der Situation, richtig gut gemacht, aber dann kam es halt immer weiter mit den Angriffen des Gegners, der Ball auf Muriel und ich faule ihn im 16er, keine gute Aktion von mir, war natürlich blöd in der Situation, aber sonst wäre es wahrscheinlich auch ein Tor gewesen, deswegen nicht so schlimm, es gibt die gelbe Karte dafür und, naja, dementsprechend auch noch ein Elfmeter dazu, den Luis Muriel natürlich ausführen wird und der ist an sich zwar nicht der sicherste Elfmeterschütze, aber gegen, ja, Boeck, wir haben es schon gesehen, der hat so ein Problem mit dem Stellungsspiel, dürfte das einfach sein, er springt in die richtige Ecke, ist aber nicht genau da bei der Situation, wo der Ball hinfliegt, deswegen das 1-2 aus unserer Sicht durch Luis Muriel, nicht so schön und dabei könnte ich nochmal dazu sagen, ich sollte ja live kommentieren, wurde mir gesagt, ich bleibe dabei, es nachzukommentieren, erstmal ein schöner Roulette-Spin von Ronaldo, der Schusse wieder gehalten, schade, 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 denn ich habe so viele Live-Serien und ich muss mal ein bisschen was nachkommentiertes machen, denn das Live-Kommentieren ist immer anstrengend, ich kann mich nicht so konzentrieren aufs Gameplay und das will ich bei dieser Serie schon tun. 3-1 hier durch Nicolas Lopez, es sieht nicht aus, als hätte ich mich konzentriert, aber ich habe mich konzentriert, er war einfach nur wirklich ein sehr guter Spieler und hatte ein sehr, sehr gutes Team, Nicolas Lopez macht das hier eiskalt und wieder macht es Lopez dann mit dem Ball in die Mitte und da steht dann Dybala, kurze Ecke wieder, Stellungsspiel von Boeck und es steht 1-4 nach gerade mal 75 Minuten, nicht mal mehr nach 70 Minuten, naja, war nicht so besonders toll, aber wir haben ja immerhin Ronaldo, der könnte ja nochmal zurückschlagen, zumindest in der Theorie und wir wollen natürlich Upgrades haben, deswegen gehen wir mit Ronaldo weiter auf Toreak, macht das hier gut an sich mit der Ballrolle, mit dem Jackpack geht weiter geradeaus, schöne Ballrolle nochmal und dann der trockene Schuss wieder in die Ecke, 2-4 nur noch, immerhin nochmal ein Tor, das nächste Upgrade, das dritte für diese Episode nach 86 gespielten Minuten ungefähr und wieder an sich natürlich Zoom, aber wie gesagt, ich habe noch keinen Torsound, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr einen haben wollt. 19 Minuten nochmal eine Chance für den Gegner und es musste natürlich so kommen, wie es jetzt im Endeffekt gekommen ist, die Flanke in die Mitte, Muriel ist da, wie das sieht, Boeck nicht so toll aus, kann aber nichts machen, es steht 2-5 aus meiner Sicht, alles andere als schön dieses Spiel, aber im Endeffekt bleibt es dann bei diesem Ergebnis immerhin nur 5 Gegentore, ja, Boeck im ersten Spiel, also beziehungsweise im zweiten Spiel richtig schön aufs Maul bekommen, trotzdem verdient er sich für den Gegner immerhin, 2 Upgrades, ja, besser als nichts und es gibt sogar noch 2 Bonus-Packs, also geht auf jeden Fall klar, weil Ragequid und Man of the Match im ersten Spiel, im zweiten Spiel natürlich nicht Man of the Match, das waren andere, aber sowas passiert nun mal auch und wir kommen jetzt mal, ja, zu den Packs, beziehungsweise gucken wir uns noch kurz ein, dass man halt wirklich ein Tor geschossen hat, oder auch nicht, zeigen wir es noch, ich glaube nicht, ist aber vollkommen egal, dann gehen wir einfach direkt weiter zu den Packs und, naja, währenddessen sage ich euch schon mal, der Link zur Abstimmung ist natürlich in der Videobeschreibung, schreibt mir rein, beziehungsweise, ja, stimmt einfach ab, wen ihr raushaben wollt, beziehungsweise wen ihr reinhaben wollt, würde ich mich darüber freuen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wie gesagt, ist eine großartige Unterstützung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, da formen wir noch diese Packs hier, Arzpiele Quetta haben wir im ersten Rind, relativ nices Pack eigentlich, Dibi Keles und Gabulauf noch dazu, kann man auf jeden Fall mit Leben, Arzpiele Quetta, ein sehr guter Linksverteidiger aus der Premier League, vielleicht einer der besten mit Midgay, Klischi und eventuell noch Leighton Baines und Moreno und Jose Enrique, also gibt es doch ganz schön viele, aber egal, auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht und im zweiten Pack wird es dann auch nicht so viel schlecht, das wird wieder ein Spiel mit 81er Rating, das kann ich schon mal vorweg nehmen, es wird nicht mehr so krass, aber es wird an sich ein sehr guter Spieler und sogar einer, der später in dieser Serie auftauchen wird und zwar der Torwart in diesem Pack, das war es jetzt aber wirklich, ich hoffe, euch hat es gefallen, bis zum nächsten Mal, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao!